Die 5 besten Heresi-Alarme für ein sicheres Zuhause Ich habe das Heresi-Teckel Karpfenangeln Swinger LED-Alarm bis Anzeigerset Rot-Gelb-Blau-Grün 4 im Koffer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Farben der Swinger machen es einfach, den bis zu identifizieren, und der LED-Alarm ist sehr laut und zuverlässig. Das Set kommt in einem praktischen Koffer, der das Verstauen und Transportieren einfach macht. Die Verarbeitung ist robust und langlebig. Insgesamt ein tolles Produkt für alle Angler, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Bissanzeigerset sind. Ich bin begeistert von dem Heresi-Teckel wasserdichten Bissanzeiger für Karpfenangeln mit Ohrbügel 4 plus 1. Dank der robusten Bauweise ist der Bissanzeiger sehr widerstandsfähig und hält einem längeren Einsatz stand. Besonders praktisch finde ich den Ohrbügel, der sich angenehm tragen lässt und den Bissanzeiger sicher am Ohr befestigt. Die 4 mitgelieferten Bissanzeiger sind sehr genau und zuverlässig, sodass mir keine Bisse mehr entgehen. Auch der Preis ist absolut fair für die tolle Qualität des Produkts. Ich kann den Heresi-Teckel wasserdichten Bissanzeiger für Karpfenangeln mit Ohrbügel 4 plus 1 auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den Heresi-Teckel Bank Watcher Monitor gekauft, um meine Angelausrüstung während des Karpfenangelns zu sichern. Der Bewegungsmelder funktioniert einwandfrei und der Alarm gibt mir die Sicherheit, dass meine Ausrüstung geschützt ist. Das Design ist auch sehr praktisch und lässt sich leicht an der Angelroute befestigen. Für Angler, die ihre Ausrüstung sicher und geschützt halten möchten, ist der Heresi-Teckel Bank Watcher Monitor ein großartiges Zubehör. Absolut empfehlenswert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Heresi-Teckel Karpfenangeln Set. Es hat alles, was ich brauche, um erfolgreich zu angeln, Bissanzeiger, Angelschwinger, Angelroutenpott und eine praktische Tragetasche. Besonders gut gefällt mir die hochwertige Verarbeitung der einzelnen Teile. Die Bissanzeiger sind sehr empfindlich und ich habe damit bisher keinen Fisch verpasst. Auch die Angelroutenpott ist sehr stabil und bietet genügend Platz für meine Angelrouten. Insgesamt ein tolles Set, das ich jedem leidenschaftlichen Angler empfehlen kann. Ich habe das Heresi-Teckel Kabelloser Angelalarm Set für Karpfenangeln S3 gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Installation war einfach und schnell und der Alarm ist laut genug, um auch bei Wind und Regen gehört zu werden. Außerdem ist das Set kompatibel mit verschiedenen Routen und bietet eine große Reichweite. Die LED-Anzeige ist auch sehr nützlich und zeigt deutlich an, wann der Fisch beißt. Insgesamt empfehle ich dieses Produkt jedem Karpfenangler, der einen zuverlässigen Bissanzeiger sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.